Curico-Curico ist eine Stadt in der Region del Maule, Zentral-Chile. Hintergrund Die Stadt liegt ungefähr 200 Kilometer südlich von Santiago de Chile. Die Region ist besonders für ihre hervorragenden Weine bekannt. Außerdem befindet sich in der 1743 gegründeten Stadt angeblich der schönste Plaza de Amas Chiles. Grund dafür könnten die zahlreichen Statuen und die sehr alten und großen Bäume sein. Das Stadtbild entspricht eher einer Kleinstadt. Nur wenige der Häuser besitzen mehrere Stockwerke. Die Straßen sind typisch in Quadraten angeordnet. Mit dem Flugzeug Der nächste Flughafen befindet sich in Santiago. Mit der Bahn Züge, die zwischen Santiago und Temuco bzw. Concepcion verkehren halten am Bahnhof. Mit dem Bus wohl die günstigste Anreisemöglichkeit. Pulmendelsur besitzt einen eigenen Terminal am Nordrand der Stadt, Tourbus ein Büro in der Elmeda. Neben den beiden großen Anbietern gibt es sehr viele kleinere lokale Busunternehmen, deren Busse am Hauptterminal, in der Straße Prat, ankommen und abfahren. Auf der Straße die Stadt liegt direkt an der Panamericana. Mobilität generell ist alles im Stadtzentrum, ca. einmal ein Kilometer Ausdehnung, innerhalb kürzester Zeit per Fuß zu erreichen. Ein Minibus-Ticket kostet 300 pesos, ein Sammeltaxi-Ticket je nach Uhrzeit ab 400 pesos. Sehenswürdigkeiten Das verheerende Erdbeben vom 28. Februar 2010 hat große Schäden zurückgelassen. Aus den Medien stammt die Zahl, dass 80% bis 90% des historischen Stadtkerns zerstört wurden. Denkmäler in der Elmeda, größte Allee der Stadt, befinden sich zahlreiche von einem Verein gestiftete Statuen. Unter anderem eine von Mahatma Gandhi und Johannes Paul II. Straßen und Plätze Wie oben schon genannt bildet der Plaza de Armas den für chilenische Städte-typischen Mittelpunkt der Stadt. Aktivitäten An einem Wochenende Mitte März findet die Fiesta de Vendimia statt, ein Fest zur stattfindenden Weinlese. Im Bereich des Plazas sind dabei unzählige Stände aufgebaut, wo der Wein der Region gekostet werden kann. Man kauft sich zuvor ein Weinglas und Tickets in der Zahl der Weine, die man kosten möchte. Außerdem gibt es eine große Bühne mit Kulturprogramm sowie typisch chilenische Gerichte. Einkaufen Es gibt südwestlich der Innenstadt ein neues, übergroßes, Einkaufszentrum, wo man eigentlich alles findet. Im Zentrum befinden sich kleinere, traditionelle Geschäfte. Die Haupteinkaufsstraße ist Prat. Folgt man der Avenida Henrikets nach Westen kommt man zur Feria, Wochenmarkt, wo Obst, Gemüse und Fisch sehr günstig angeboten werden. Küche typisch für die Region sind Tortas Curricanas, sehr süße kleine Blätterteigtörtchen. Nachtleben nicht sonderlich ausgeprägt. Die Studierenden ziehen sich am Wochenende meist in die Häuser ihrer Eltern zurück. Einige Diskotheken, in denen ausschließlich Ragetone gespielt wird, befinden sich zum Beispiel in der Avenida Henrikets am Südrand des Zentrums. Lernender Campus der Ingenieursstudiengänge der Universidad de Talca befindet sich in Curricio, etwas außerhalb nahe der Panamerikaner. Hier studieren rund 1000 Menschen. Praktische Hinweise Die Post liegt direkt am Plaza de Armas. Ausflüge Nationalpark Radalschietteses Nationalpark Altostnelik Ein Nationalpark Lagowikuk in ca. 100 km westlich von Curicowain-Touren, im Touristenbüro erfragen, Kalle Jungi.